Musik Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fan Fiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 121 Schützende Hände Erster Teil In der letzten Novemberwoche stapfte Remus mit einem Lumos an der Stabspitze durch den wadenhohen Schnee, um weitere Schutzzauber im gesamten Gebiet rund um Hogwarts zu legen. Seine Arbeit bei Rosmerta war für heute getan und jetzt kümmerte er sich um die Aufgabe, die ihn ursprünglich hierher nach Hogsmeade verschlagen hatte. Hogwarts sichern. Bisher war keiner der Schutzzauber aktiviert worden, denn dann hätte sein Zauberstab laut geschrillt. An Findlingen, Bäumen und Sträuchern legte er weitere Schutzzauber aus, die ihm jeden Muggel melden würden, der die von ihm gelegten Grenzen überschreiten würde. Der Wind pfiff ihn um die Ohren und es war so kalt, dass Remus sich auf seinem gedanklichen Merkzettel notierte, dass er unbedingt einen dickeren Mantel brauchen würde, den er sich aufgrund seines Gehaltes endlich aus eigener Tasche leisten konnte, als er plötzlich stutzte und stehen blieb. Vor ihm, im Schein seiner Zauberstabsspitze, entdeckte er eine rot-weiße Getränkedose, die auf dem neuen, gefallenen Schnee lag. Vorsichtig beäugte er den blechernen Gegenstand, bevor es ihm eiskalt den Rücken hinunterlief, jedoch nicht, weil es so frostig war. Jemand musste hier gewesen sein, und zwar heute, denn eingeschneit war der Gegenstand nicht. Mit einem Zauberspruch untersuchte Remus die Dose, bevor er sie verkleinerte und in die Jackentasche steckte. Obwohl er bitterlich fror, ging er weiter, denn ganz in der Nähe der Dose hatte er Fußspuren im Schnee entdeckt. Eineinhalb Stunden später war er zurück im Pub. Remus verabschiedete sich von Rosmerta, ging auf sein Zimmer und kniete sich sofort an den Kaminen, um Albus anzuflohen. »Albus?« fragte er, und nachdem der Direktor sich gemeldet hatte, atmete er leichter aus. »Albus, ich habe einen Muggelgegenstand gefunden, der kurz vor meiner errichteten Schutzbarriere lag. Heute muss ein Muggel hier gewesen sein, und ehrlich gesagt ist mir das ein wenig zu nah an der Schule.« »Hast du jemanden gesehen?«, wollte Albus wissen. »Nein, nur ein paar Fußspuren, die ich nicht weiter verfolgen konnte.«, antwortete Remus gewissenhaft. Denn nachdem die Abdrücke im Schnee in der Nähe eines Flusses nicht mehr zu erkennen gewesen waren, war er umgekehrt. »Mit warnender Stimme«, sagte Albus. »Wenn die Fußspuren nicht nach, sondern von Hogwarts wegführen, denke ich nicht, dass wir etwas zu befürchten haben. Aber es ist gut, dass du mich gleich unterrichtet hast, Remus.« Er nickte dem Schuldirektor zu und verabschiedete sich. Mit einem Male kam Remus sich ein wenig dämlich vor, weil er scheinbar überreagiert hatte. Es war nur eine Dose gewesen, und die Fußspuren hatten tatsächlich von Hogwarts weggeführt. Was jedoch auch bedeutete, dass jemand erst bis zu dieser Stelle gegangen war. Aufgrund dieser Erfahrung konnte er ein bedrohliches Gefühl in seiner Magengegend ausmachen, denn diese Sache war ihm nicht geheuer. Es gab hier weit und breit kein Muggeldorf, sondern nur Hogsmeade und vereinzelte Häuser in der näheren Umgebung, wie das der Sabberhexe, die noch zum Dorf gehörten. »Möglicherweise stammte die Büchse nur von einem Muggel geborenen Zauberer«, redete sich Remus ein. »Doch er wollte trotzdem auf der Hut bleiben.« In einem heißen Bad wärmte sich Remus wieder ein wenig auf, und er hoffte innig, keine Erkältung zu bekommen, denn für einen Erkältungstrank müsste er einige Galleonen hinlegen. Zur gleichen Zeit brauten Severus und Hermina in diesem Abend die letzten beiden Kessel mit je einem Trank gegen Erkältungen, denn Poppy hatte die beiden gebeten, ihr bei der Arbeit etwas unter die Arme zu greifen. »Bittet Poppy sie eigentlich oft darum, Tränke für sie zu brauen?« fragte Hermina nebenbei, während sie ihren Trank weiterhin behutsam umrührte. »Es käme gelegentlich vor, vor Schulbeginn hätte er ihr oft mit dem Trank der lebenden Toten geholfen, habe aber damit gerechnet, dass sie ihm zur passenden Jahreszeit um Erkältungstränke bitten würde,« erwiderte Severus ruhig, ohne seine Augen vom Kessel abzuwenden. Lächelnd nahm Hermine zur Kenntnis, dass es ihm zu gefallen schien, Poppy auf diese Weise nützlich sein zu können, bevor sie sagte, »Sie kennen Sie schon sehr lange, oder?« Erst jetzt hob er seinen Kopf und blickte sie mit einem undefinierbaren Gesichtsausdruck an, ehe er erklärte, dass sie schon in Hogwarts angestellt gewesen wäre und die Krankenstation geführt hätte. Hermine unterbrach, »Als Sie hier zur Schule gingen?« Nickend stimmte Severus ihr zu und beließ es dabei, doch Hermine war neugierig. »Kennen Sie sie gut, oder ist sie nur eine Kollegin für Sie?« Mit gelangweiltem Gesichtsausdruck antwortete Severus, dass sie eine Freundin seiner Mutter gewesen wäre. »Oh.« war das Einzige, das Hermine herausbringen konnte. Diesmal trieb sie Neugierde an seiner Person dazu an, vorsichtig nachzufragen. »Lebt Ihre Mutter noch?« Ein einfaches Nein war die knappe Antwort und Hermine hielt sich zurück, ihn über seine Familie auszufragen, auch wenn es sie sehr interessierte. In der letzten Woche war Hermine aufgefallen, dass Severus aufgehört hatte zu fragen, bei welchem Kapitel des Buches »Geistreiches« sie angelangt war. Nach getaner Arbeit gerübelte sie in ihrem Zimmer im vierten Stock eine ganze Weile darüber nach, doch sie kam einfach nicht darauf. Was sein abruptes Desinteresse an den von ihr bereits gelesenen Kapiteln herbeigeführt haben könnte. Sie nahm eine Dusche und wusch sehr gründlich den öligen Balsam aus ihrem Haar, bevor es ihr plötzlich wieder einfiel. Als sie gesagt hatte, sie hätte Kapitel 9 gelesen, war er für einen kurzen Moment erstarrt, ganz so, als würde er ihre Reaktionen zum nächsten Kapitel befürchten und nachdem sie ihm am nächsten Tag gesagt hatte, dass sie Kapitel 10 komplett hinter sich gebracht hatte, hatte seine Fragerei aufgehört. »Das war wirklich sehr seltsam«, dachte sie, während sie sich abtrocknete. »Möglicherweise befand sich im zehnten Kapitel etwas, was ihr hätte auffallen müssen«, fragte sie sich still. »Es musste einen Grund geben, warum er erstarrt war.« »Es ließ ihr keine Ruhe, weswegen sie nicht ins Bett ging, sondern sich auf ihre Couch setzte, um das zehnte Kapitel nochmals zu lesen. Der Titel lautete »Schützende Hände«, worunter sie sich beim ersten Mal gar nichts hatte vorstellen können. Doch sehr bald hatte der Titel einen Sinn bekommen. Von vorn begann Hermine den Abschnitt über Tränke und Kombinationszauber zu lesen, die allesamt nur einem Zweck dienten, nämlich etwas zu behüten. Es gab Tränke, die den Intellekt bewahren würden und gegen Senilität schützten. Eine Tinktur sorgte für die Aufrechterhaltung der vorhandenen Liebe zu einem Menschen, und ein anderer Trank würde den Geist behutsam einschließen, sodass man nie dem Wahnsinn verfallen würde. Wollte man beispielsweise dem verführerischen Gesang eines Wuppers ausgesetzt sein? Alles in allem behandelte das Kapitel »Schützende Hände«, verschiedene Schutztränke für einzelne Bereiche des Geistes und des Herzens. Wenn Severus jedoch etwas verloren hatte, was er finden und in seinen Ursprungszustand zurückversetzen wollte, warum war Kapitel 10 scheinbar so wichtig? In dieser Nacht, in welcher Hermine das Kapitel wieder und wieder von vorne las, ereignete sich ein Zwischenfall in der Nähe von London. Der bärtige Wärter einer kleinen Strafanstalt drehte gewissenhaft seine Runden, bevor er einen Abstecher in den Keller machte. Dort öffnete er, wie schon vor Tagen, als er seine Pläne das erste Mal durchgegangen war, den Sicherungskasten mit einem Schlüssel. Anstelle von Kabel befanden sich hier jede Menge blinkende Leuchten, Knöpfe und Schalter, wie auch eine Anzeigetafel mit einem schwarzen, hin und her vibrierenden Pfeil, der sich im grünen Bereich befand. Mit seinen behandschuhten Fingern drückte der bärtige zielstrebig drei Knöpfe, die beiden grünen rechts oben und den roten gleich daneben. Danach ließ er zwei Schalter nach unten schnappen. Der Pfeil in der Anzeige schoss nach links, ein Zeichen dafür, dass kein Strom mehr durch dieses Gebäude führte. In Null Komma Nichts war der bärtige wieder nach oben geeilt. Er lief einen Gang entlang, bis er die Tür fand, die er suchte. Mit einem altmodischen Schlüssel öffnete er die Tür und wurde gleich mit den Worten empfangen. Gott sei Dank. Der bärtige grinste, bevor er dem Gefangenen sagte. Pablo und Arnold müssten gleich kommen. Die Türen in deren Trakt werden nur elektronisch gesichert und nicht nur per Hand abgeschlossen. Wenn sie hier sind, verschwinden wir. Die beiden Männer verhielten sich ruhig, während sie die Stufen hinunter in den Keller gingen. Sie warteten in der Nähe des Sicherungskastens, als Tyler ihn leise fragte. Was ist mit deinem Kollegen? Ihr seid doch nachts immer zu zweit. Der bärtige zog eine Augenbraue in die Höhe und erklärte. Er hatte einen kleinen Unfall in der Küche. Wenn er Glück hat, wird er wieder aufwachen. Und wenn nicht... Er zuckte gleichgültig mit den Schultern und wollte gerade noch etwas sagen, da ließ ihn ein Geräusch verstummen. Vorsichtshalber suchten beide Männer Schutz in einer dunklen Nische. Eine leise Stimme durchbrach die Stille. Dad? Pablo! Erwiderte der Bärtige, als er sein schattiges Versteck verließ, doch er erstarrte zur Salzsäule. Neben Pablo stand noch ein anderer Mann. Wer ist das? fragte er seinen Sohn erzürnt. Er konnte nicht zulassen, dass sein Fluchtplan zunichte gemacht werden würde. Ich sehe Tyler ein Zimmer mit ihm, Dad. Er ist wach geworden, als ich die Tür geöffnet habe und er wollte mitkommen. antwortete Pablo, der innig hoffte, dass man Razim einfach mit ihm in die Freiheit nehmen würde, denn der würde sofort bei seinen Freunden untertauchen. Das Gesicht seines Vaters verzog sich vor lauter Wut zu einer Grimasse. Doch dann nickte dieser. Der Zimmergenosse seines Sohnes schien nicht einmal voll direkt zu sein, denn Pablo selbst war wie auch Arnold, weil beide niemals zuvor polizeilich auffällig geworden waren, wegen ihres jungen Alters in den Trakt der anliegenden Jugendhafternstalt gesteckt worden. Der Bärtige hielt Pablo einen Schlüssel entgegen und sagte Du weißt, wo es lang geht. Den Gang entlang an der Küche links und da ist die Garage für die Wachen. Wirf meinen Wagen schon mal an, Junge. In diesem Moment hört man eine Stimme sagen. Aber ihr wollt doch wohl nicht ohne mich fahren, oder? Arnold hatte den Weg aus seinem Trakt in den Keller gefunden. Arnold, geh gleich mit Pablo mit. Befall Pablo's Vater und der junge Mann gehorchte. Den Schlüssel entgegennehmend nickte Pablo, bevor er mit Arnold in Richtung Garage ging. Rassim wollte den beiden folgen. Moment mal, junger Mann. Wohin willst du so eilig? sagte Pablo's Vater. Ich will hier raus, antwortete Rassim ehrlich. Nicht so schnell. Ich brauch dich noch. Mit seinem Kopf nickte er zum Sicherungskasten. Mach ihn auf und drück die beiden grünen Knöpfe rechts und dann den roten daneben. Zögerlich kam Rassim der Aufforderung nach. Er öffnete den Kasten und drückte die entsprechenden Knöpfe, aber nichts geschah. Tyler sah noch, wie Pablo und Arnold am Ende des Ganges bereits den Keller verlassen hatten. Da wurde er von einem ihm wohlbekannten gedämpften Knall aufgeschreckt. Als er seinen Kopf zur Rassim drehte, sah er nur noch, wie der junge Mann sich den blutenden Hals hielt und zu Boden ging. War das notwendig? fragte Tyler, der den noch qualmenden Lauf der schallgedämpften Waffe in der Hand von Alejandro bedeugte. Ich kann kein Risiko eingehen und außerdem sind jetzt seine Fingerabdrücke auf den Knöpfen. Das stiftet bestimmt ein wenig Verwirrung. sagte er und wandte sich ab, um seinem Sohn zu folgen. Komm schon, jetzt geht's in die Freiheit. In der Garage startete Pablo den Wagen, nachdem er gesehen hatte, wie die Tür zur Garage geöffnet worden war. Sein Vater und Tyler näherten sich. Von Racim keine Spur. Doch Pablo fragte nicht nach ihm, befürchtete aber das Schlimmste. Fahren durfte Pablo den Wagen nicht, weswegen er ausstieg und hinten bei Arnold in dem geräumigen Fahrzeug Platz nahm. Die Flucht aus der kleinen Strafanstalt, in welcher noch nicht verurteilte Straftäter auf ihre Verhandlung warteten, war leichter als gedacht. Sämtliche Überwachungskameras waren durch den Stromausfall nicht mehr in Betrieb, wie auch die hölzerne Schranke, der sie sich näherten. Alejandro bremste, stellte den Wahlhebel auf Parken und ließ den Motor laufen, als er ausstieg. Pablo, Arnold und Tyler beobachteten, wie Alejandro etwas aus dem Kofferraum holte und damit zur Schranke ging. Tyler begann zu lachen, als er den Gegenstand erkannte. Dein Vater hat immer alles Wichtige dabei, nicht wahr? fragte Tyler noch immer lachend. Mit einer Kettensäge hatte Alejandro innerhalb weniger Sekunden die Schranke zersägt, bevor er den Kofferraum erneut öffnete und das Werkzeug wieder verstaute. Nachdem er sich in den Wagen gesetzt hatte, sagte Alejandro schmunzelnd, Ich werde den schicken Wagen doch nicht zerbäumen. Wo fahren wir jetzt hin? wollte Pablo wissen. Wir fahren erst einmal zu einer Tankstelle außerhalb Londons. Wir tanken dort voll, entleeren im Gegenzug unsere Blase, und kaufen uns noch etwas Verpflegung. Denn der Weg wird lang. Wir fahren zu Hopkins. Erklärte ihm sein Vater. Pablo runzelte die Stirnen und fragte Nach Aberdeen? Nein, surfest du. Wo ist Alex? fragte Arnold, der sich nach seiner Festnahme sehr um seinen jüngeren Bruder gesorgt hatte. Der ist bei Hopkins in Sicherheit, antwortete Tyler ohne einen Blick nach hinten zur Rückbank zu werfen, denn dann hätten die beiden jungen Männer wahrscheinlich bemerkt, dass er gelogen hatte. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal. Abo. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020